Gib mir doch bitte mal einen Titel. Du möchtest jetzt Gottes Teammanagerin sein? Ja, das ist voll cool. Okay, du wirst Gottes Teammanagerin. Ja. Ich mache Carpaccio. Da bin ich total uneigennützig. Das ist die noch gut, Kinder. Das ist Schimmel, würde ich sagen. Aber eine Zitrone, die schimmelt, kann man doch noch essen, oder? Wenn ich nur den Saft brauche. Elli, kann ich eine Zitrone, die draußen Schimmel hat, noch essen, wenn ich nur den Saft brauche? Elli sagt nein, aber Elli hat ja nicht immer recht. Haben wir hier nur gesunde Sachen? Ja, Bio, guck mal, Bio, voll Milch. Ach, dann nehmen wir den Ketchup und der Hamburger Soße. Ist das eine Zitrone oder eine Limette? Warum ist die bei Zitronen? Die sah aus wie eine Limette. Also wir halten fest eine verschimmelte Zitrone und eine Limettenzitrone. Ich wollte sie gerade wieder in den Kühlschrank verhalten. Ich habe mich für schimmelige Zitrone entschieden. Auf Carpaccio macht Luigi immer. Bisschen Foodporn hier. Elli, erzähl mal unseren, ja, euch draußen war, was den da draußen... Irgendwann muss ich mir meinen Namen für euch einfallen lassen. So wie, hey, ihr lieben Pappenasen, aber ihr geliebten Kinder Gottes... ...was denn so heute ansteht. Ja, aber bevor Steffi wieder irgendwas erzählen kann, dieser Abend war allein ihre Idee. Das stimmt. Und ihr Wunsch. Und das wird euch vielleicht wundern, aber Steffi wollte unbedingt an einer Tupper-Party teilnehmen. Ja, eine Tupper-Party. Ihr wisst schon, diese Plastikteile mit den Deckeln. Ja, du liebst Tupper. Ja, aber eine Tupper-Party? Ja, denn, das ist nämlich ziemlich cool, das ist eine WhatsApp-Tupper-Party. Und ich dachte, wir gucken uns das mal an. Es geht gar nicht heute hauptsächlich um Tupper, obwohl ich mich schon richtig auf meine frische Oase freue. Alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Klima-Oasen. Also nur, falls immer wieder irgendwer auf die Gedanken kommen sollte, ich sei die Spießerin oder so. Also diese Frau hier geht auf eine Tupper-Party. Nein, wir bleiben zu Hause. Wir sehen, also ihr seht das, wir machen uns gerade hier essen. Carpaccio, also ich mache mir essen, weil Ellen darf natürlich kein rohes Fleisch. Aber ich opfer mich, dass es halt schnell wegkommt. Das ist so lieb von dir. Ja, so bin ich. Ich dachte, es ist ziemlich cool, sich das mal anzugucken, weil Gottesdienste und so, wir müssen neue Formen finden. Ja, immerhin ist das auch ein traditionsreiches Unternehmen mit festen Abläufen und so. Das hat viel mit Kirche im Grunde gemeinsam. Ich meine, das ist schon krass, ne? Wer hätte gedacht, dass Tupper und Kirche mal vor den gleichen Problemen stehen. Genau, und die sind aber schon weiter. Wie kriege ich mein Produkt an die Menschen? Genau. Und sie machen es mit einer WhatsApp-Tupper-Party. Vielleicht können wir davon lernen, auch mal einen WhatsApp-Gottesdienst zu machen. Denn WhatsApp haben doch noch einige mehr, auch ältere. Also meine Ziehmama, meine über 70-Jährige hat WhatsApp. Ja. Also von daher mal gucken. Wir lassen uns überraschen, wie es wird. Ich verfürchte, am Ende sind wir arm. Genau, je mehr wir kaufen, desto mehr Geschenke kriegt sie von Tupper, ne? Ja, voll geil. Prost! Vermutlich. Also, sorry Baby, aber es reicht nicht mehr für Bettchen und Co. Steffi muss Tupper kaufen. Ey, wir brauchen noch ein Adoptionsverfahren. Ich kaufe natürlich ein Bett bei Tupper. Also, mal gucken, wie es wird. Steffi, jetzt musst du erst mal essen. Ne, das nehme ich mir mit zur Tupper-Party. Alles klar, dann gehen wir rüber. Man nimmt doch so Salate mit zur Tupper-Party. Bis gleich. So, Elli und ich sitzen jetzt hier mit unseren Handys. Und die Gruppe stellt sich langsam vor. Wir nennen natürlich keine Namen, aber die Marion, die Gastgeberin, mit der ist das alles abgesprochen, deren Namen dürfen wir sagen. Die hat gerade geschrieben, sie ist jetzt bereit für uns in Jogginghose. Und mit einer geöffneten Flasche Sekt. Also das ist mir jetzt scheinbar lustig. Jetzt zeigen alle, was sie so trinken und essen und wie gesagt, wir haben, Elli hat Wasser und Zitrone. Ich habe ihr noch nettlichkeitshalber Zitrone aufgeschnitten. Das ist Schimmel, würde ich sagen. Was auch ganz witzig ist, alle haben so nebenbei noch Hausaufgaben mit ihren Kindern oder sitzen in Jogginghose da und präsentieren das jetzt gerade alle. Und hier, die Streberin, die hat ihre ganzen Snacks sogar schon in Tupper-Schalen. Ja, wir haben noch Porzellan hier, Elli. Wir sind irgendwie noch nicht. Aber es ist ja auch unsere erste Tupper-Party. Meine zweite. Du warst schon mal auf einer Tupper-Party? Ja, meine Mutter war mal Tupper-Gastgeberin und da war ich schon mal mit. Oh, ich fasse es nicht. Aber meine Mutter war auch noch auf Tupper-Partys. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das immer total schrecklich fand, diese Schränke. Aber das ist natürlich der Klassiker. Wenn man die aufmacht, dass einem alles entgegenfällt, ne? Das hat meine Mutter gut hinbekommen. Ich glaube, ich habe Kräuter zwischen den Zähnen. Nein, alles gut. Ja, sexy. Eine schreibt sie jetzt seit sechs Wochen Jogginghose an. Also ich muss mir gleich echt ein bisschen Flüssignahrung noch geben. Also mein Kopf ist nicht vom Stress so rot, sondern vom Sekt, weil da passt sich der Fahrer an. Aber ich freue mich eigentlich total drauf, weil das auch so Menschen aus meinem Dorf sind und ich höre mal wieder was von denen. Irgendwie ist es auch schön, oder? Ja, es ist schön. So, guck mal, jetzt stelle ich mich gerade vor. Was schreibt Elli? Ich habe Jeans und Wasser mit Zitrone. Ich hoffe, ich darf trotzdem dabei bleiben. Geiler, wenn sie jetzt alle so schreibt, nee, 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 nee. Habe ich wirklich das doch was zu erzählen? Nein. Der ist so ein ganz, wenn ich ganz nah hingucke, sehe ich einen kleinen Korn, aber mir auch nicht. Ach, ein Korn von deinem Öko-Brot bestimmt. Mein Öko-Brot, ja, das wird es sein. Wir sind nach fünf Minuten vorm Start. Alle scheinen, was zu trinken zu haben. Und Elli ist die Einzige, die... Ich darf dabei bleiben und habe auch ein Jeans-Buddy. Hast du? Jeans-Buddy, hey, okay. Also es scheint lustig zu sein. Lustig. Genießt es und guckt euch einfach ganz in Ruhe alles nacheinander an. Und was euch überhaupt gar nicht interessiert, das klickt einfach weiter. Aber es ist alles interessant. Sie macht das toll, oder? Hattie, so heißt nämlich unsere Tup... Wie heißt das? Nee, Gastgeberin ist Mariel. Das ist die Tup-Aberaterin. Sie hat uns schon den Kalender für die Frühjahrs-Collection geschickt. Den Katalog. Was habe ich gesagt? Den Kalender. Achso, den Katalog. Du hast schon reingeguckt. Ja. Ich will lieber die Videos sehen. Ich bin ja eher der visuelle Bewegtbild-Typ. Ja. Aber jetzt streng dich an, es geht in vier Minuten los und du hast noch nichts intus. Also die anderen Frauen sind hier... Oh, ja, ist ja gut. So, ich habe aufgegessen. Ich habe trinken. Aber ich finde, Tupper-Tante ist schon auch sexistisch, oder? Tati, wie nennt man dich? Ich frage mal. Ich frage mal, Tati, wie ich sie nennen soll. Wenn man es ganz genau nehmen will, ist es Party. Team-Manager, beziehungsweise Team-Manager bin ich ja. Team-Managerin. Das klingt auch wesentlich besser als Tupper-Tante. Ja, ich habe voll nett geschrieben. Hey, Tati, wie nennt man deine Funktion? Tupper-Tante doch wohl eher nicht, oder? Also die Team-Managerin. Die Team-Managerin Tati. Tati hat uns jedenfalls einen ganzen Haufen Videos geschickt, die wir uns dann hier zu Hause mal angucken können. Miteinander diskutieren, ob wir das haben wollen. Also mir gefällt dieses Konzept irgendwie schon ganz gut. Man guckt sich dann so ein Video an. Klinen und Wespen, nicht nur im Sommer seid ihr froh über diese Trinkstuh ein Becher. Und da kann man sich entscheiden, ob man das haben will oder ihr auch einfach noch Fragen stellen. Also so wie man es bei einer echten Tupper-Party auch macht. Und die Gastgeberin dieses Abends, die Marion, die ist für die gute Laune zuständig und schickt uns zwischendurch Prost-Videos. Silvia, hast du total recht, ganz vergessen. Prost! Marion hofft, dass wir ganz viel kaufen. Genau, je mehr wir kaufen, desto mehr Geschenke kriegt sie von Tupper. Ja, voll geil! Aber wir sind jetzt am diskutieren, ob Steffi den Eiswürfelbereiter bekommt. Ellen sagt, er ist total Schwachsinn. Moment, wir zeigen euch hier erstmal das Video. Der Eiswürfel AG 29 für 18 Euro. Ich liebe ihn. Hier füllen wir das Ganze bis zur Markierung hier voll, machen eine Decke drauf und es kann schon mal nichts mehr rauslaufen. Wenn das Ganze fertig ist, dann können wir die ganzen Eiswürfel ganz dezent hier einfach so rausdrücken. Können wir Schink-Champ-Champ machen? Okay, wir machen Schink-Champ-Champ. Du gewinnst immer bei Schink-Champ-Champ. Das stimmt gar nicht. Jedes fünfte Mal gewinnst du. Warte, du machst immer das Gleiche, warte ich immer das Gleiche, aber ich vergesse mal, was ich mache. Okay, los, komm. Schink-Champ-Champ. Warte, Schumpeter, du gewinnst ja! Es gibt kein Eiswürfelbereiter! Nein, bis 3 Punkte. Bis 3 Punkte. Ja! Es gibt ein Eiswürfelbereiter. Ich liebe ihn. Also, die ersten bestellen schon. Ich muss auch bestellen. Also pass auf, der Eiswürfelbehälter, der ist wirklich praktisch. Ich liebe ihn. Die kleine Schöpfkelle, weil die freut, weißt du warum ich die will? Die diskriminiert mich. Die diskriminiert mich für den Rechtshänder. Die liebe ich über alles. Ähm, Steffi und ich sind beide Rechtshänder, aber wir brauchen jetzt eine Schöpfkolle. Äh, vielleicht wird es Baby doch Linkshänder. Sobald du eine Linksfote zu Hause hast, ist dir das nicht mehr egal. Ah, und weil das Baby ja eine Suppenkelle braucht, wenn es auf die Welt kommt. Wenn es sich sein Breichen da mitrauffüllt, dann würde ich gerne den Wurzling haben. Und die frische Oase. Die frische Oase in allen vier Größen. Aber die brauche ich auf jeden Fall für Salat. Elli versucht sich gesund zu ernähren. Das viel Schlimmere ist allerdings, dass ich solidarisch esse. Aber ich glaube, das passiert nur einmal und nie wieder. Ach so, ja. Und dann kommen wir bestimmt über 50 Euro und ich kriege das Gastgeschenk. Ich finde, wir können ja schon auch was von Tupper lernen. Denn wir sagen im Gottesdienst nie, wenn sie zehnmal da waren, dann kriegen sie diese Tupperdose hier umsonst. Ja, warum sollten wir das beim Gottesdienst auch machen? Ja, weil die kommen. Ja, aber die kommen doch nicht, weil sie etwas kriegen. Die kommen zumindest in der Karte. Genau. Ja, aber das haben die Katholiken ein bisschen cooler mit Ablass und so. Irgendwie. Wir glauben nicht an den Ablass. Ja, ich weiß, aber das ist schon schlau. Marketingtechnisch ist das schon schlau. Oh ja, aber wenn wir jetzt mit Tupper kommen, das ist doch etwas sehr irdisches Tupper. Wir müssen aber unser Tupper finden. Ach so. Ja. Unser Gastgeschenk erfinden. Ja. Ja. Das könnte ein Kuss von dir am Ausgang sein. Ich hab dich so lieb, mein Schatzen. Ich glaube, damit soll einer kommen. Oh, oh, oh. Das ist nämlich auch voll cool. Das muss man auch mal sagen. Wenn man über 50 Euro kommt und zwei von unserem Kreis für eine Tupper-Party zur Verfügung stehen, dann gibt es die Naschkatze, das Naschkätzchen für weniger Geld. Ich kann keine Party machen. Ich bin doch nicht so weit. Du kannst eine Party machen. Nein, ich will keine Party machen. Aber wer aus deinem Freundeskreis möchte eine WhatsApp-Tupper-Party mitmachen? Kommt. Wir melden uns zu einer Community-Tupper. Das werden doch aber wirklich. Passt auf, wenn sich hier welche finden, die bei einer WhatsApp-Tupper-Party mitmachen, dann machen wir eine WhatsApp-Tupper-Party. Eismürfelbereiter Naschkätzchen. Muss man da so eine Mindest-Fanbase dann haben? Also so 20 müssen mitmachen? Das müssten wir Tati wahrscheinlich mal sagen. Ey, wir haben zwei Mütter. Meine Mutter würde das zu schnell geben, glaube ich. Oder wir sagen deiner Mutter immer, was sie braucht. Wie als Neulinge in der Tupper-Branche erzählen eine Expertin, was sie so braucht. I30 Mikro-Kuppkanne, ein Liter. Was kann die? Pellkartoffeln, Pudding, gebrannte Mandeln, Marmelade. Wenn ihr Bock habt, Creme Fraîche. Da gibt es eine Kanne, die I-Coup 300 Milliarden Special X Premium. Die macht in vier Minuten Pudding. Ich nenne sie mal die Kanne für alle Fälle. Schatzi, das ist nicht so, dass du die hinstellst und dann ta-da-da-da kommt der Pudding raus. Ich muss da irgendwas rein. Du musst es trotzdem noch anrühren und sowas alles. Das musst du schon noch selber machen. Ach so. Da ist meine Schöpfkelle. Da ist meine Schöpfkelle. Die kleine Schöpfkelle. Die drei ist die 10 Euro. Ja. Ja, dann will ich die kleine Schöpfkelle, diese Antidiskriminierung frei. So, also, aber da müssen wir jetzt mal überlegen. Wir haben jetzt ganz viel Zeugs gekauft, weil du das unbedingt haben wolltest. Aber das Einzige, was wir wirklich mal bräuchten, Schüsseln mit einer Deckel zum Essen mitbringen, haben wir nicht. Ja, dann guck doch mal, die hatte doch so ein Angebot, wo du so 1000 Schüsseln kaufst und dann noch 1000 oben drauf kriegst. Ja, das sind aber nicht die schicksten Schüsseln, die die so haben. Hä? Müssen die jetzt schick sein? Ich denke, die brauchen einen Deckel. Ja, die brauchen einen Deckel. Aber wenn du irgendwo hinkommst und Essen mitbringst, dann willst du doch auch, dass es hübsch angerichtet aussieht. Ja, aber die haben noch schöne Farben. Das ist doch ein Set da. Das ist lila, magenta, rot und orange. Das ist ein Regenbogen, das ist voll rum. Aber jetzt müssen wir rechnen, wenn wir bei 50 Euro sind, dann kriegen wir die gelbe Schüssel oben drauf. Ja. Während ich bin jetzt aber schon bei 50 Euro. Das heißt, ich kriege jetzt meine Schüssel. Deswegen musst du das jetzt extra bestellen, dann haben wir zwei Schüssel. Ich frage mal, was man kriegt, wenn man 100 hat. 50 Euro Schüssel, was ist bei 100? Der muss Tupor eine Antwort haben. Fuchs. Der Spaß. Da ist er wieder. Es soll jetzt auch nicht peinlich werden. Ey, warum bin ich dir denn peinlich? Es ist wirklich ein bisschen unangenehm. Wenn ich Geschenke bekomme, dann bettelt man nicht nach mehr Geschenken. Die Geschenke, das ist ein Appetizer. 50 Euro, Schatzi, sorry, aber das hätte ich auch nicht verstanden. 50 Euro Schüssel, was ist bei 100? Wer soll denn das verstehen? Warum nicht? Das ist gar nicht so schwer. Wenn du Bier trinkst und dann Texte schreibst, frag mich kurz vorher. Und ja, ich finde es auch sehr aufregend hier alles. Es ist ja auch alles ganz aufregend. Ich bestelle jetzt den Eiswürfelbereiter. Die Klima-Oase 1,8 Liter flach. Die große, wir haben uns für die große Schöpfkelle entschieden. Für 10 Euro irgendwas die kleine und für 12 Euro die große, die große. Kann halt sein, dass du in kleinen Töpfen mit der kleinen besser zurechtkommst. Aber die ist doch Antidiskriminierungs-Schöpfkelle. Dann muss doch die große in der kleinen und die kleinen in den großen Kopf passen. Die diskriminieren doch nicht. Und den Würzling, weil damit ich ja 50 Euro komme und die gelbe Schüssel bekomme. Ich habe es abgeschickt. Vielleicht hätten wir bei Tupper mal so ein Ding hier bestellen sollen. Wie heißt das, ein Flaschenöffner? Jetzt geht es darum, wer macht die nächste Tupper-Party. Ganz wichtig für die Gastgeberin, für unsere Marion also, weil wenn eine neue Party vereinbart wird oder zwei neue Partys am besten, dann steigen ihre Gastgeschenke. Aber wir können doch total viel davon lernen. Also das heißt, du musst Sachen einen Namen geben. Ich nenne sie immer die Kanne für alle Felder. Also ich meine, wir sind ja immer Liturgie. Keiner kann was damit anfangen. Wenn wir jetzt einfach sagen würden, also mein Konfirmand erzähle ich zum Beispiel immer, dass Gloria ist eine Zauberformel, die den alttestamentarischen Psalm ja ins Christentum reinzieht, weil es ja ein jüdisches Gebet ist. Und indem wir danach Er sei den Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist singen, machen wir es auch für uns brauchbar. Und Zauberformel können sie sich merken, aber das große Gloria nicht. Nein, das können sie sich nicht merken. Also wir merken uns zuerst, was können wir von Tupper lernen? Gib dem Kind einen Namen, Gastgeschenke. Abgesehen von mir hat jede Teilnehmerin Alkohol betrunken. Vielleicht spielt Sekt auch noch eine Rolle dabei. Prost! Also und auch die Freundlichkeit, mit der sie mit allen... Und sie ist voll überzeugt von ihrem Projekt. Ja, das ist glaube ich das Kranste. Und das ist ja bei uns auch so, oder? Wenn ich sage, Gott segne dich, kommt nichts rüber. Ja, aber ich mache, hey ihr lieben Kinder Gottes, jetzt ist die Zeit für euren Sinn. Das brauchst du ja gar nicht mehr lernen, weil das machst du ja eh. Ja, aber es ist ja nochmal klar geworden, wie wichtig das ist. Genau, und? Aber was man halt vielleicht auch noch lernen kann... Ich bin Gottes Teammanagerin. Also an sich finde ich ja schon vieles wirklich gut, was die haben. Gib mir doch für meinen Titel. Du möchtest jetzt Gottes Teammanagerin sein? Ja, das ist voll cool. Okay, du wirst Gottes Teammanagerin. Ja. Findest du Gottes Teammanagerin besser als Pastorin? Ja. Okay. Woher kanntest du die eigentlich? Ich kannte die auch aus einer WhatsApp-Tuber-Party. Bist du zufrieden mit dem Ertrag? Ja. Naja, Ertrag. Ich habe das ja gemacht, wegen Gottesdiensten. Ich habe gedacht, ey, ich gucke mir jetzt mal alle Methoden da ran. Und habe dann auch gedacht, muss ich vielleicht die Leute in Gassen geschenkt und die Kirche locken? Nee. Nee. Nicht? Nee? Ich kann mir da nichts abgucken. Nee. Das Entscheidende war die Gemeinschaft, die sich daraus ergeben hat. Und dieses Beisammen und doch nicht Beisammensein. Aber trotzdem so ein bisschen durchbrochene Einsamkeit. Vielleicht ist es das. Aber würdest du, wenn ich jetzt so ein paar Videos schicke, als Gottes Team, würdest du es reinziehen? Na klar. Das mache ich ja bei YouTube. Nichts anderes ist es ja. Ja, natürlich würde ich das tun. Ich finde, alles, was Menschen in dieser Zeit gerade aus ihrer Einsamkeit so rausholt, macht es das auf jeden Fall wert. Ob mit oder ohne das Geschenken, das ist völlig egal. Und geschrieben haben wir zusammen. Und blöde Kommentare dazu abgegeben. Jetzt sind wir mal gespannt. Also ich habe ja echt viele Bestessen, ne? Ja, das stimmt. Muss ich sagen, ich bin froh und dankbar. Dadurch kriege ich auch viele Gastgeschenke, Gastgebergeschenke. Ja, natürlich. Das wird auch wieder in der Kollekte sich der Meld verbracht. Ja. Natürlich. Ich bin froh. Ja. And I saw me coming back to life, that I'd be better with the young people.